Hallo und herzlich willkommen zurück. Jetzt müssen wir ja gucken, wie kriegen wir jetzt eine Weiterleitung hin, damit man von der Fake-Seite auf die richtige Seite weitergeleitet wird. Ich sage es nochmal, es sind alles nur Testzwecke, es dient dazu nachzuvollziehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Macht es nicht nach, es ist wie gesagt strafbar, lasst es sein. Ich habe hierfür extra einen Webspace, der Passwort geschützt ist, das heißt man kann hier nicht ohne weiteres drauf zugreifen. Und ja, gut, dann fangen wir mal an. Wie kriegen wir jetzt eine Weiterleitung hin, dass wir mal jetzt hier unsere Daten eingegeben haben und auf Login klicken, dass wir dann auf die richtige Seite weitergeleitet werden. Das ist ganz einfach, dafür gehen wir hier in das Script, schreiben hier Echo und schreiben in das Echo dann den HTML-Code. Meta, Meta, HTTP, Echo, so, Quatsch, ein E muss ja noch davor, so müsste das sein und dann müsste hier Refresh kommen und dann Content, äh, uh, das ist richtig, gleich die Anzahl der Sekunden, also 0 Sekunden und dann die URL, auf die wir weitergeleitet werden sollen. Das wäre in dem Fall cp.rpg-city.de. Okay, so, das hätten wir dann einmal. Und dann kommt hier nochmal der hin. Das müsste jetzt funktionieren, da schauen wir gleich mal nach. Wir laden das kurz hoch, gehen auf unseren Server, laden die Seite neu, geben Test ein, Test und, ah, okay, alles klar, ja, wir haben einen Fehler gemacht und zwar HTTP. Das darf natürlich nicht fehlen, ansonsten denkt er, das ist ein Ordner. Fehler meinerseits, jetzt Kaleis, irgendwas und wir sind auf der richtigen Seite. So schnell geht das. Aber jetzt haben wir natürlich noch ein Problem, die IP hier oben sieht sehr unseriös aus. Hieran würde man schon erkennen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Deswegen gibt es so Anbieter wie .tk, wo man sich kostenlose Domains holen kann. Natürlich ist die Domain rpg-city.de schon vergeben, aber wir können ja ein bisschen schummeln. Wir können ja rpg-city und dann nicht .de, sondern dann wahrscheinlich .tk oder sowas nehmen. Oder .ga. Ist natürlich auch auffällig, sage ich mal, aber es ist rpg-city oben in der URL-Leiste. Und ich würde einfach mal sagen, wir nehmen .ga, weil die ist kostenlos. Können wir auch das nehmen, würde mich mal interessieren. Okay, das können wir nicht nehmen. Aber machen wir einfach mal so hier. Das können wir schon wieder nehmen. Und dann einfach .ga jetzt holen. Und dann gehen wir zur Kasse. Die ist ja wie gesagt kostenlos. So, dann, die brauchen wir ja nur für einen Monat. Die müssen wir jetzt nicht so lange unbedingt reservieren. So, forward this domain, use DNS. IP-Adress. Nehmen wir die hier. Zack. Und hier unten auch nochmal die hier und gehen auf Continue. So, alles werde ich jetzt leider nicht zeigen können, weil auch private Daten mit dabei sind. Wenn ihr dann eure E-Mail-Adresse eingegeben habt, müsst ihr noch ein paar private Daten angeben, wo ihr wohnt, eure Telefonnummer und sowas. Und dann wird die Domain freigeschaltet. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich brauche die Domain nicht. Es war nur für euch, damit ihr wisst, wie das funktioniert. Wir machen weiter mit dem SSL-Zertifikat. Wo kriege ich das SSL-Zertifikat her? So, dass ich hier aus einer nicht sicheren Verbindung eine sichere Verbindung mache. So, dann gehen wir mal auf Let's Encrypt, wo wir am Anfang auch schon nachgeschaut haben, wo das mit diesem Amazon-Fake war. Hier möchte ich euch nochmal ganz klar zeigen, dass es ganz einfach ist, als in Anführungszeichen Faker sowas zu machen. Also bitte fallt auf sowas nicht rein. Ich meine, ich mache die Videos hier auch extra nur dafür, dass ihr wisst, wie es funktioniert, damit ihr auf sowas nicht reinfällt. So, wir gehen auf Get Started. Und ja, gucken mal, wo wir hier den Zert-Bot, den brauchen wir. Und den brauchen wir für Apache. Und unser System ist Debian 8. So, und dann wird uns hier auch schon der Schritt näher erklärt, was wir alles machen müssen. Wir gehen also wieder auf unseren V-Server mit Putty, machen Rechtsklick und installieren das Ganze, bestätigen das mit Yes. Und der Server arbeitet auch schon fleißig. So, wenn er das Ganze dann installiert hat, müssen wir das hier eingeben. So, wo habe ich den Bot? Da. Zack, machen wir den. Und Enter Cancel Enter your Domain. So, jetzt müssen wir unsere Domain angeben. Das ist in dem Fall ja die oben stehende. Also 5.83.160.127. Enter. Okay. Problem haben wir jetzt, dass er sagt, die pure Zahlen-IP kann er nicht nehmen. Hier müsst ihr dann also eure Domain angeben, die ihr bei dot.tk dann geholt habt. Ich mache das Ganze jetzt ein bisschen einfacher. Da ich ja hier Domains schon habe, gehe ich einfach auf Name-Server bearbeiten und nehme dann einfach cp.calleys.info, mache hier ein A-Record, leite das weiter an eine IPv4-Adresse und das wäre ja dann diese hier. Dauert zwar manchmal eine Weile, bis sie, ach Quatsch, jetzt habe ich das ja, muss den Punkt wegnehmen, bis der DNS-Eintrag gespeichert ist, aber es müsste dann theoretisch dieses hier sein, genau. Und ja, jetzt finden wir unter dieser Sub-Domain dieses Control Panel wieder. So. Dann gehen wir wieder zu Putty und tragen hier ein cp.calleys.info oder in dem Fall eure TK-Domain dann hier eintragen. Dann drücken wir Enter. Dann wertet er das kurz aus und erstellt uns eben fix das Zertifikat, was wir brauchen, damit unsere Seite dann sicher angezeigt wird. So. Okay. Easy, allow, secure, make all requests. Wir nehmen zwei. So, jetzt haben wir noch ein paar Important Notes. Jetzt kriegen wir schon mal die Gratulation dafür, dass alles funktioniert hat. Und, dass es jetzt funktionieren sollte. Und jetzt haben wir hier schon HTTPS, also es ist jetzt sicher. Das Zertifikat müsste auch vorhanden sein. Drücken wir mal F12, gehen in die Security und this page is not secure. Bei unbekannter Name. So, jetzt ist es, wenn wir es nochmal neu geladen haben, jetzt ist es sicher. Jetzt haben wir hier das SSL-Zertifikat. Jetzt sind zwar die Icons hier weg. Die können wir aber ganz einfach wieder herzaubern, indem wir einfach in die Index wieder reingehen. Und genau jetzt hier HTTPS eintragen und das Ganze speichern. Nochmal neu laden. Und jetzt sind die Icons auch wieder da. Und wir haben ein SSL-Zertifikat und sind in Anführungszeichen sicher. Das heißt, wenn wir jetzt hier unser Zeug wieder eintragen, würde das alles wieder in unsere Datenbank kommen. Und wir werden sogar weitergeleitet auf cprpg-city.de und uns würde nichts auffallen, da ja beide ein SSL-Zertifikat haben und sich in der Domain ja quasi ähnlich sind. Also, so funktioniert das Phishing von Seiten. Nochmal ganz klar gesagt am Ende. Ich unterstütze das nicht, an keinster Weise, dass ihr sowas nachmacht. Das ist strafbar. Macht das nicht. Das soll einfach nur zu Demonstrationen dienen, um nachvollziehbar zu machen, wie sowas funktioniert. Was hinter den Kulissen passiert. Und wie gefährlich sowas ist, dass ihr in Zukunft auch darauf ein bisschen Acht gebt, was ihr im Internet so eingebt. Und wo ihr das auch eingebt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Mittag, Morgen oder Abend.